und herzlich willkommen bei non let's try nämlich track mania rennspiel jetzt vielleicht schon der eine oder andere kennen ich kenne es auch schon so lange aber ich mache es jetzt davon endet so dann geht schon mit feindlos ja ich habe groß oder doch nicht scheiße ich hatte es daran gekickt so recht sieht man die zeit wie lange die map noch ist sechs minuten 15 irgendwie sind immer nur fünf minuten ich weiß nicht warum jetzt mehr sind kommt vielleicht auf den server drauf an so scheiße also das jetzt ja so hat er scheiße voll auf den ring angefahren egal egal ich ich fahre weiter einfach ist mir jetzt egal scheiße das gibt es doch nicht ich glaube ich hätte er weiter fahren können ich weiß nicht ja 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 dürften gar gar nicht dürften ja 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 sehr gut luke von lp jaa ja Das war die 1.1. Das war die 1.1. Das war die 1.1. Das war die 1.1. Das ist voll schwierig. ich will wenigstens der zweite werden geht das gibt das kann ich nicht mehr schaffen es hat schon ein zweiter geschafft jetzt mit den titel geklaut zweiter aber schlag die toni aber das ist schon eine lange strecke wenn man 1 30 so braucht das wäre so nice gewesen und ich muss ja um die anfang das ist eine lange strecke wenn man 130 braucht das ist ork riesig für die ork ich will nicht anfangen nix ist gut anfangen heute habe ich keinen speed ja wo muss mich da immer auch auf den kopf das weiß ich auch nicht ja immer wenn es schön ist dann muss ich dagegen fahren das kapiere ich nicht aber das war schön und jetzt nicht dagegen ja ja und die kurve driften und meistens jetzt habe ich auch ein bisschen speed ja ist das der bahn ich fahre ich fahre einfach einfach weiter fahren in der kurve ne oder das was sollten das ich kann es sowieso nicht mehr schaffen was ist denn das für eine strecke bitte keine ahnung oh ja jetzt gehe ich ab Joa, war nice, nice, nice Hä, wohin denn? Ich check's grad gar nicht Wohin? Da irgendwo? I don't know Lol Joa, ja, ein Ziel, dritter Platz Lol, ich hab's geschafft Hahaha, die zweite Platz ist ja auch mal Österreicher Uh Ja, Bewertung, gut Weil ich's geschafft hab noch Perfekt So Und gleich die nächste Strecke Ich warte So Ähm Hallo Also jetzt Selection Dirt 7 Oh, was ist denn da so ne Strecke? Oh, was leckt das gerade so? Aber trotzdem lecken hab ich's voll um die Kurve geschafft Ganz ruhig, ganz ruhig Ja Oh Ganz ruhig, ganz ruhig Ja Da w So Wie Niko Ver Trifchen Oh Hatten wir so Oh Wie ne lange Strecke und nice und im ziel erster platz war erster platz schlecht so muss es sein so aber ich will meine zeit noch verbessern so komme ich nicht weiter habe ich noch die zeit ja ich habe noch minus hast nein ich fahre noch mal an aber ich bin schon dritter platz schade einen moment gedacht dass ich erst bleiben war zu schön um wahr zu sein warum hat mich da immer so auf kurve ja uah nice so wie ein checkpoint und ob ich da gerne die kurven kürzte so und jump und jump und jump dritter platz wieder aufgeholt ich war vierter platz nämlich gerade jetzt werde ich erst erst jetzt schnell wirklich ich bin ganz voll schnell das klappt ganz ruhig nicht anfahren wieder ach scheiße alles was so schön und dann ist diese scheiße gekommen wort man sollten das jetzt mal schlecht zehn jumps was ist das auf einmal warum hat mich das war ja so ist dann gas geben nicht jetzt kann ich hier schon vergessen verbissen das war noch mal an da hat mich so auf die hauen noch dritter platz ist gut das schaust gut aus geht dann ist es überholt der österreicher ohnehin nach scheiße komm zu suchen wie ruhige dich es gibt es doch nicht was ist mit dem auto los kaputt oder was ja so gut so ist gut so ist gut nicht davon ach mensch komm jetzt muss ich eine sehr gute zeit schaffen dass ich noch einmal die runde schafft über 30 kunden aber kriege ich nur pluszeiten und da wieder plus ach scheiße das habe ich nicht mehr ach jetzt habe ich wieder minus die kurve war schön wenn ich nicht von gras runtergekommen jetzt bin ich da wieder angefangen das macht jetzt auch wieder minus ich bin ich bin es war nicht mehr auch scheiße naja ich bin nicht am siegertreppchen so plötzlich fünfter also erster und höchstreiches erst und ich bin naja kein bild unter oder doch kann ich weiß es nicht und begin 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 so 321 go also das ist der tps noch hirsch ich scheiß mal drauf ich will mal nur die strecke kennenlernen what the fuck okay jetzt gibts auf was ist denn das für ne kurve das ist so einfach und ich schaffe es nicht so die zeit des ersten was das war gar ein leck nein scheiße der nation stil geschafft ich habe mal weiter weiter jetzt kann ich nicht weiterfahren noch immer einer hat es geschafft ich schaffe weil ich es will ich glaube nicht ja komm durch 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 die gas geben jetzt komme ich schon zeit für zweiten platz warum warum bin ich das langsam das hat es noch einer geschafft ein bisschen schlecht als erst da kommen das kurve ist unnötig gut um das hat es tritt es hat sie noch eine geschichte nicht anfangen kommen doch du wie viele haben es doch schon knapp 4 wie denn immer bei dem gleichen platz hat mich so auf auch gute zeit gute zeit habe ich jetzt wo wir gut sehr gut ja komm 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 es macht nichts ja 6 fünfter wo warum fünfter platz na ja wenigstens habe ich mein ziel geschafft und jetzt weiß ich schon so ck wie es geht ich weiß es geht einfach anfangen und dann bin ich erst und gibt gas doch aus 6 von minus zeit da da macht es neu es bringt sich nichts ich gehe schon 60 der platz da kommen ja sehr gut erster jetzt habe ich wieder tempel schlau aber sehr viel vierter also gut kommt die gas einfach das muss noch besser werden und da fliege ich ein bisschen tempo ab da bin ich ein vierter immer oder sechster auf fail kommt letzter versuch geht noch nice nice jetzt bin ich gleich wieder vierter erster wo ich bin jetzt sechs da mein gott gar nicht verräter scheiße jetzt kann ich die strecke sowieso nicht beschaffen aber gut es bringt mir jetzt eh nichts mehr war das war schlecht spiel kann schon manchmal sehr aufregen alter er dauert mich gleich verlauf auf auf rum ich fahre mal hier brumm 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 so 4 3 2 1 und go und so und aus ist die stecke und ich abstelle mich auch das war es für das netz 2 trip mania ihr könnt selber downloaden spielen es gibt eine ganze saison und eine die was kostet und bis zum nächsten Mal